Der Fleischmythos. Nichts ist in Fleisch- oder Milchprodukten enthalten, was man nicht in größerer Fülle und besser geeignet im Reich der Pflanzen vorfinden kann. Eier sind eigentlich unbefruchtete Menstruationszyklen von Vögeln. Milch ist das hormonreiche Ausscheidungsprodukt einer Kuh und dafür bestimmt ihre Kälber zu nähren. Macht auch Sinn, oder? Ich meine, wenn Frauen schwanger werden und dann Milch produzieren, dann ist das für die Kinder von den Frauen und nicht für die Hühner vom Nachbarn so. Es wäre doch weird, wenn auf einmal ein Huhn an der Titte von einer Frau nuckeln würde. Wir sollten Fleisch als das erkennen, was es wirklich ist. Die Antibiotika- und Pestizidbeladene Leiche eines gequälten Tieres. Boom. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Nochmal frohe Weihnachten nachträglich. Ich glaube, ich habe in der Zeit keine Videos hochgeladen, wo ich euch frohe Weihnachten gewünscht habe. Ist jetzt schon zu spät, aber egal. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit mit der Familie gehabt. Ich liebe euch alle. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von dem Kanal Mal Wieder Die Zuversicht. Das Video heißt Der Fleischmythos. Es geht um das Thema tierische Produkte. Es geht um das Thema Fleisch. Und für alle Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich jetzt seit vier Jahren ungefähr, vier bis fünf Jahren selber vegan bin und jetzt seit zwölf Jahren ungefähr kein Fleisch mehr konsumiert habe und es mir wirklich sehr gut damit geht und ich sehr positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich will halt auch Menschen dazu anregen, zu sagen, dass sie sich mal mit dem Thema auseinandersetzen und damit wenigstens beschäftigen. Ich bin nicht so, dass ich Menschen verurteile, die noch Fleisch konsumieren, aber ich würde gerne dafür sorgen, dass mehr Menschen das hinterfragen, sich darüber Gedanken machen und einfach mal zuhören. Also auch für alle Fleischfresser gerade in der Community, ich liebe euch genauso, aber ich will euch das einfach mal als Anregung mit auf den Weg geben und vielleicht kann ich ja irgendwie da einen Einfluss drauf nehmen. Und wenn ihr schon bewusster einfach Fleisch konsumiert und vielleicht nicht mehr so viel, dann haben wir schon gewonnen meiner Meinung nach. Weil auch die Tiere haben einen Wert, für mich sind Tiere mittlerweile auch so, also nicht nur mittlerweile, sondern generell haben einen extremen Wert und wir müssen die auch teilweise beschützen. Und das, was in der Massentierhaltung abgeht, wie wir die Tiere behandeln, wie wir die halten, wie wir die füttern, wie wir die töten, ist einfach unmenschlich und das hat kein Lebewesen meiner Meinung nach so verdient. Und deswegen ziehen wir uns jetzt das Video rein. Ich liebe euch, Freunde. Daumen nach oben dalassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Let's go. Die Vorstellung, dass Menschen Fleisch und Ausscheidungsprodukte von Tieren als Teil einer ausgeglichenen Ernährung konsumieren müssen, ist ein ungeheuerlicher Mythos, welcher seit langem von unserer Illuminati-Ernährungspyramide Stichwort, meine lieben Freunde, jetzt ist der Zeitpunkt schon gekommen, nach 17 Sekunden, wo wir die Aluhüte aufziehen, festziehen und den Peter genießen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Weiter geht's. Dass es aber heute auch schon quasi verändert wurde, also die Ernährungspyramide von damals, dass die nicht mehr wirklich so gilt, wie man uns das damals verkauft hat. Weil natürlich auch die Leute gemerkt haben, dass dieser Überkonsum von tierischen Fetten und Milch etc. pp. auch Auswirkungen, also maßgeblich dafür verantwortlich ist für die Krankheiten, die wir heutzutage in der heutigen Welt haben. Das haben die Leute halt auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen verstanden, sodass es immer mehr Leute gibt, die auch einfach bewusster mit ihrer Ernährung generell umgehen sollen. Es gibt keine Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, sekundäre Nährstoffe, Aminosäuren, Fettsäuren, Proteinketten, Omega-3-Fettsäuren oder irgendwelche anderen für die Gesundheit bedeutenden lebenswichtigen Bestandteile. Nichts ist in Fleisch- oder Milchprodukten enthalten, was man nicht in größerer Fülle und besser geeignet im Reich der Pflanzen vorfinden kann. Das ist halt krass. Und man muss sich halt auch bewusst machen, dass die Fleischindustrie mittlerweile auch eine der größten Industrien weltweit ist. Und die machen natürlich extrem viel Geld damit. Das ist auch eine Sache, die man auf jeden Fall sehen muss. Und genauso wie die Waffenindustrie Geld damit macht, wenn Kriege sind, Pharmaindustrie Geld damit macht, wenn Menschen krank sind, macht die Fleischindustrie halt Geld damit, wenn Menschen weiterhin viel Fleisch konsumieren. Ob das jetzt gesund ist oder nicht, ob das gut ist oder nicht, das interessiert die nicht. Denen geht es ums Geld am Ende des Tages so. Weißt du? Und die pushen das natürlich. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, dass dieses Vegan-Thema auch immer größer wird und auf einmal auch vom Mainstream und von diesen Industrien gepusht wird. Und meiner Meinung nach liegt es daran, dass diese Leute, die auch die Fleischindustrie in der Hand haben, selber jetzt vegane Alternativen an den Start gebracht haben, sodass sie damit jetzt auch Geld verdienen. Und dann haben die erst angefangen, das Thema zu pushen. So weißt du? Früher, wo das noch nicht so war, dass die halt tausend alternative Produkte hatten und selber auch Geld damit gemacht haben, hat das von denen niemand unterstützt oder supportet. Weißt du? Und das ist schon eine Sache, die muss man so sehen. Weil damals die Leute, wenn die vegan geworden sind oder sich pflanzlich ernährt haben, die haben dann halt einfach pflanzliche Dinge konsumiert. Überwiegend. Und nicht Ersatzprodukte, weißt du? Beispielsweise gibt es mehr Omega-3-Fettsäuren in Meeresalgen als in Fisch, doppelt so viel Protein in Spinat als im Steak und viermal mehr Calcium in Sesamsamen als in der Milch. Das ist wild. Eine tatsächlich gesunde Ernährungspyramide würde so aussehen wie auf diesem Bild. Das fühlt man doch auch, seid doch mal ehrlich. Das sieht doch viel gesünder aus, oder nicht? Und das ist Obst, Gemüse, Früchte, in der Sonne gereift schön. Natürlich sind die auch nicht mehr das, was sie mal waren. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Der gesamte Boden ist nicht mehr das, was er mal war. Und die werden auch bearbeitet, gespritzt und diese ganzen Sachen. Man kann aber trotzdem noch selber Dinge anpflanzen oder zu Märkten gehen, hier zum Beispiel in Mexiko, wo man Dinge bekommt, die halt gesünder sind und die gut gegrowt sind, sage ich mal einfach so. Aber ja, ich fühle das komplett, dass wenn ich mich mit pflanzlichen Sachen ernähre, ich fühle mich dann halt auch viel vitaler, viel aktiver. Und auch zum Thema Muskelaufbau, weil viele Leute auch sagen, ey Bro, wie kann man denn Muskeln aufbauen mit Protein? Ist doch voll schwer, du musst doch Fleisch und so. Da kommen wir gleich auch noch zu. Fleisch und Milchprodukte sind hochsäurehaltig, dickmachend, cholesterinhaltig, Arterienverstopfend, lymphgerinnend, schleimbildend, Darmverstopfend, schwer zu verdauen und voller Würmer, Parasiten, Bakterien, Stoffwechselabfallprodukte, Hormone und Chemikalien. Eier sind eigentlich unbefruchtete Menstruationszyklen von Vögeln. Das muss man sich mal geben, so auf die Zunge zergehen lassen. Wir essen einfach die Perioden von Hühnern, korrekt. Milch ist das hormonreiche Ausscheidungsprodukt einer Kuh und dafür bestimmt, ihre Kälber zu nähren. Macht auch Sinn, oder? Ich meine, wenn Frauen schwanger werden und dann Milch produzieren, dann ist das für die Kinder von den Frauen, so. Und nicht für die Hühner vom Nachbarn, so. Weißt du, wie ich meine? Es wäre doch weird, wenn auf einmal ein Huhn an der Titte von einer Frau nuckeln würde, so. Jetzt mal ganz stumpf ausgedrückt. Rein jetzt von menschlichem Verstand her, so. Keiner dieser tierischen Bestandteile ist vorteilhaft oder notwendig für den menschlichen Verzehr. Es gibt keine einzige chronische Krankheit oder Mangelerscheinung, welche ausschließlich Veganer haben. Herzkrankheiten, Krebs, Tumore, Zysten, Multiple Sklerose, Diabetes und viele andere der hauptsächlichen gesundheitlichen Probleme wurden jedoch durch eine Umstellung auf eine hundertprozentige vegane Ernährung geheilt. Auch so eine Sache. Fasten, umstellen auf vegane Ernährung. Hat so vielen Patienten gut getan, die heftige Krankheiten hatten. Bis hin zu Krebs auch, weißt du. Und das zeigt schon, dass es unserem Körper eigentlich besser tut und dass wir mehr positive Energy in unserem Körper haben, wenn wir positives Essen essen, was hoch schwingt, so. Und ich sage dir und ich gehe so weit, ich glaube an Energien. Ich glaube daran, dass wenn ein Tier schlecht behandelt wird, schlecht gehalten wird, ekelhaft getötet wird und eine schlechte Ernährung bekommt, dass sich diese Energy auch im Fleisch manifestiert und dass, wenn du dieses Fleisch konsumierst, dass du auch diese Energy mitkonsumierst, so. Dieses Leid, was da verursacht wird, so. Das brennt sich ins Fleisch ein, meiner Meinung nach, so. Genauso brennt sich die positive Sonnenenergie, das Licht, in die Früchte und in das Obst rein. Und wenn du das konsumierst, dann verändert sich deine Schwingung in eine positive Richtung, so. Das ist jetzt wild, das ist ein bisschen esoterisch und so, aber ich glaube wirklich daran. Einige der stärksten Tiere in der Natur. So, da sind wir jetzt beim wichtigsten Thema. Die Gorillas, Elefanten, Elche, Nashörner, Flusspferde und Giraffen sind Vegetarier. Die Vorstellung... Das ist eine Sache so, das ist so, das ist eine Sache, die nehme ich auch als Argument, wenn ich mit Leuten darüber rede, wenn die sagen, ey, fitnessmäßig, du musst Fleisch essen, du musst Milchprodukte essen, wegen Protein, wegen dies, wegen das, wegen bla, wegen blub, so. Wenn du dann einfach in die Natur reinguckst, dass die stärksten Tiere in der Natur eigentlich sich überwiegend pflanzlich ernähren, so, dann ist das schon das beste Argument für mich, so. Weil du brauchst kein Fleisch oder Milchprodukte oder tierische Produkte, um stark zu sein. Bei mir war es so, dass ich, wo ich aufgehört habe, Fleisch zu konsumieren, habe ich besser geschlafen, ich war vitaler und aktiver, konnte dadurch besser im Gym performen, war nicht mehr so müde und habe einfach viel mehr auf die Kette gekriegt, weniger geschlafen und so. Also viele Hochleistungssportler sind auch vegan. Michael Phelps, glaube ich, ist vegan. Krasse NBA-Players und Football-Spieler sind, viele sind vegan, weißt du? Weil die einfach leistungsfähiger dann werden. Wenn man das Fleisch eines Tieres essen muss, um stark zu sein, ist eine maßlose Übertreibung. Die Shaolin-Mönche, Kampfkünstler und wohl die härtesten Menschen auf der Welt, sind strenge Vegetarier. Es geht im Endeffekt auch darum, bei diesen Leuten, die hier so eine krasse Sache machen, Shaolin-Mönche und so, da geht es im Endeffekt darum, dass die eine krasse Connection mit sich selbst haben. Und dass die die Energie in ihrem Körper bündeln können und dann abrufen können. Darum geht es. Es geht um die Verbindung mit dir selbst. Es geht um die Verbindung mit deinen Energies in deinem Körper. Und ich sage dir, wenn du Fleisch konsumierst, wo sehr viel Leid mit einem hergegangen ist in der Vergangenheit, wie dieses Fleisch produziert wurde, dann bringt das deine Energies in deinem eigenen Körper durcheinander. Und du kannst es nicht mehr so gut fokussieren, weil du die ganze Zeit mit diesem Leid aufgeladen bist und mit diesen negativen Vibes von den Tieren, die gequält wurden ihr Leben lang und dann auf grausamste Art und Weise getötet wurden. Weißt du? Unsere menschliche Anatomie ist unbestreitbar dafür gemacht, von pflanzlichem Essen zu leben und nicht vom Fleisch von Tieren. Wirklich jeder Teil unseres Körpers beweist, dass wir Pflanzen- und Fruchtfresser sind und keine Fleisch- oder Allesfresser. Das ist krass jetzt. Zuerst haben Menschen und andere natürliche Vegetarier viermal längere gewundene Darmkanäle, perfekt dazu geeignet, um Früchte und Stärke langsam zu verdauen, wohingegen Alles- und Fleischfresser viermal kürzere Gedärme aufweisen. Das ist krass. Das ist krass. Um rasch das säurereiche, faulende Fleisch der Tiere auszuscheiden, das sie fressen. Macht doch voll Sinn, finde ich. Menschen haben basischen Speichel für... Deswegen haben wir als Menschen auch diese negativen Effekte, dadurch, wenn wir zu viel Fleisch und tierische Produkte konsumieren, weißt du? Übersäuerung, Krankheiten etc. pp. Vorverdauung von Körnern, basischen Urin und schwache Magensäuren. Alles- und Fleischfresser hingegen haben sauren Speichel, sauren Urin und 10- bis 1000-mal stärkere salzsaure Magensäure, wesentlich für die Verdauung von Fleisch. Crazy. Alle natürlichen Fleischfresser, sondern darüber hinaus das Enzym Urikase ab, für die Umwandlung der Harnsäure im Fleisch notwendig. Urikase? Noch nie gehört. Kase wird jedoch nicht in unseren Körpern hergestellt. Das sind schon heftige Indizien. Müsste man jetzt noch mal ein bisschen in die Recherche reingehen? Natürlich, ich habe mich selber noch nicht damit richtig auseinandergesetzt, aber davon jetzt mal gehört zu haben und dann noch mal nachlesen zu können, ist auf jeden Fall wertvoll. Menschen haben seitliche Kieferbewegungen über das Essen zuführen, wohingegen die Körper aller Fleischfresser und der meisten Allesfresser ihr eigenes Vitamin C produzieren. Ich will auch. Natürliche Allesfresser und Fleischfresser haben auch eine weit höhere mikrobielle Verträglichkeit als Menschen. Zum Beispiel wird das für Menschen tödliche Neurotoxin botuliert. 100 berühmte Vegetarier aus 6 Jahrtausenden Konfuzius leicht und ungefährlich verdaut. Menschen, die eine hochfetthaltige Ess Matthäus, einer der Jünger Jesu, lebte im ersten Jahrhundert, krass, Wohnheit haben, werden übergewichtig, träge und erkranken. Natürlich wird Leonardo da Vinci Fleischfresser jedoch bleiben. Das hat der Maxim Mankiewicz in unserem Talk auch gesagt. Schlank, tatkräftig und gedeihen Benjamin Franklin, krass, eingeschränkt bei ihrem hochfetthaltigen Speiseplan. Das menschliche Seevermögen Nikola Tesla ist leicht. Dazu in der Lage. Guter Mann, Digga, Rest in Peace. Verschiedene Farben auseinanderzuhalten, was es einfach macht, Reifes von unreifem pflanzlichen Essen zu unterscheiden. Die Farberkennung der meisten Allesfresser und Fleischfresser ist allerdings weit weniger wahrnehmend. Menschen schlafen nur sechs bis zwölf Stunden am Tag, wie die meisten Pflanzenfresser und Fruchtfresser. Die meisten Allesfresser und Fleischfresser hingegen schlafen 18 bis 20 Stunden am Tag. Das ist krass, Digga. Die meisten Fleischfresser und Allesfresser schlafen 18 bis 20 Stunden. Wie viel? Ehrlich? Die meisten Allesfresser und Fleischfresser hingegen schlafen 18 bis 20 Stunden am Tag. 18 bis 20 Stunden. Menschen schwitzen Die pennen einfach. Und das kennen wir ja auch, Digga. Jeder, der Fleisch konsumiert, weiß es ganz genau, dass er nach einem Fleisch, nach einer heftigen Fleischmahlzeit erst mal auf der Couch liegt, Diggi. So. Der Körper ist erst mal überlastet, so. Das habe ich jetzt als Veganer zum Beispiel nicht. Oder als, 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 äh, Plant-Based. Aus allen Poren des Körpers, wohingegen alle Fleisch... Cem Özdemir, Digga, was? Fühl ich nicht. Aber er ist vegan, Digga, wenigstens. Boris Becker. Xavier Naidoo, Digga, heftig. Free Xavier. Die meisten Allesfresser schweiß durch ihre Zungen abgeben. Menschen haben Einzelgeburten und zwei Milchdrüsen. Wo bin ich, Digga? Bro, da hättest du mich auch mal mit draufpacken können, mein Juts da. Will und Tom Kaulitz, Mitglieder der Gruppe Tokio, Lisa Simpson ist dein Ernst? Die packen da eine Zeichentrickfigur mit rein oder was? Das ist jetzt ein bisschen, äh, cringe. Fast alle Allesfresser und Fleischfresser hingegen werfen mehrere Jungen und haben Reihe auf Reihe von Milchdrüsen. Nochmal, es gibt keine Vitamine, Mineralstoffe, Nährstoffe, sekundäre Nährstoffe, Aminosäuren, Fettsäuren, Proteinketten, Omega-3-Fettsäuren oder irgendwelche anderen für die Gesundheit bedeutenden lebenswichtigen Bestandteile. Nichts ist in Fleisch- oder Milchprodukten enthalten, was man nicht in größerer Fülle und besser geeignet im Reich der Pflanzen vorfinden kann. Um es kurz zu sagen, Menschen sind biologisch als Vegetarier konzipiert. Oh. Zitat von Glenn Keim, Präsident der Amerikanischen Vegetarischen Gesellschaft von Washington D.C. Vergleichende Anatomie verwendend, um festzulegen, was der Mensch essen soll, sollten wir uns die Art anschauen, die uns Menschen am ähnlichsten ist, nämlich die Menschenaffen. Schimpansen, Gibbons, Gorillas und Orang-Utans. Von allen Tieren haben die menschlichen Verdauungsorgane und Zähne die meiste Übereinstimmung mit diesen Affen. In Gefangenschaft fressen manche von diesen Tieren Fleisch, wenn sie dazu gezwungen sind, bevor sie verhungern. Aber in der Wildnis haben sie alle einen vegetarischen Speiseplan. Da muss ich leicht widersprechen, wenn ich das so sagen darf. Schimpansen essen auch ab und zu Fleisch. Ganz selten, aber die essen das. Aber die essen das nicht wegen, weil sie das müssen oder brauchen, sondern aus politischen Gründen. So. Ich kann euch nur diese Dokumentation auf Netflix ans Herz legen. Wie heißt die nochmal, Digga, mit den Schimpansen, Bruv? Wie heißt die nochmal, Digga? Das ist eine heftige Dokumentation. Und da, die essen sogar andere Affen. Also andere Affenarten, weißt du? Die haben die gejagt quasi und die töten die und dann ist, dann geht es nur um Politik. Dann geht es nur darum, wer bekommt Fleisch, mit wem wird das Fleisch geteilt und wer bekommt kein Fleisch. Wenn du aufgemuckt hast, so, das siehst du auch richtig in der Doku, wenn du aufgemuckt hast gegenüber dem Chief, so, dann kriegst du kein Fleisch. Dann wirst du ausgegrenzt. Darfst nicht daran teilnehmen, so. Ist wie ein Ritual. Das ist so, das ist einfach nur politisch. Die ernähren sich 90, 99 Prozent von Früchten, aber ab und zu mal wird dann halt ein anderer Affe gekillt und dann geht es nur darum, wer teilt mit wem so. Ist crazy. Ein weiterer starker Hinweis darauf, dass der Mensch von Natur her ein Vegetarier ist, ist die Tatsache, Schimpanse sind mies, Digga. Gab mal einen Fall, wo ein Schimpanse eine Frau brutal getötet hat. Bro, die sind wild. Wild. Aber es sind G's, Bro. Die sind krass. Dass Vegetarier allgemein viel gesünder als Allesfresser sind. Die amerikanische Gesellschaft für Ernährung hat bestätigt, dass Vegetarier weniger gefährdet sind, an zahlreichen Krankheiten zu erkranken, wie zum Beispiel Krebs, Herzkrankheiten, manche Krebsarten, Übergewicht, hoher Blutdruck und Diabetes 2. Eine gesunde Ernährung geht weit darüber hinaus, den Verzehr von rotem Fleisch etwas zu drosseln. In einer kürzlichen Studie an 6500 Chinesen fand der Professor der Cornell-Universität, Dr. T. Colin Campbell, heraus, dass obwohl die Chinesen insgesamt nur einen Bruch wie heißt denn diese Doku? Ich will die euch ans Herz legen, Mann. Hier, im Reich der Schimpansen. Wie heißt sie auf Englisch, Digger? Chimp Empire. Das Reich der Schimpansen auf Netflix. Müsst ihr euch reinziehen? Ich schwöre, dir ist eine Pflicht. Guck dir den an, Digger, die Kleinen sind so süß, joh. Nice. The best and worst of ourselves and them. Ganz krasse Dokumentation und jetzt weiter im Text hier. Bruchteil des tierischen Proteins wie die Amerikaner zu sich nehmen, jene mit dem geringsten Anteil an tierischen Proteins dennoch ein niedrigeres Risiko haben, zu erkranken als der durchschnittliche Chinese. So. Dr. Campbell schließt daraus, Zitat, wir sind grundsätzlich eine vegetarische Art, sollten eine große Bandbreite von Pflanzen essen und unsere Einnahme von tierischen Produkten beschränken. Zitat. Serious Ken sagt, die Affen erinnern mich an meine Freunde am Wochenende. Fühlig. Alle Allesfresser und Fleischfresser nehmen ihr Fleisch roh zu sich, Haut und Fell durchdringend und das nährstoffreiche Blut mit ihren Zungen aufleckend. Auch eine Sache, die wir als Menschen nicht machen und nicht machen würden. Weißt du, wie ich meine? Ein Tier einfach reißen und einfach aufessen. Einfach den Kükenkopf abbeißen so auf entspannt und dann einfach verzehren. Die meisten Menschen können nur Fleisch konsumieren, wenn das gekocht, gebraten und gewürzt ist. Ansonsten würde das denen nicht schmecken. Ein echter Allesfresser wie der Bär holt sich einen Fisch aus dem Wasser und verschlingt ihn im Ganzen. Ungekocht, mit Schuppen, Gräten, Flossen, Kopf und allem. Wir würden dann krank werden. Menschen würden dann krank werden. Die könnten das nicht verarbeiten im Magen. Das ist auch so. Wenn wir nur rohes Fleisch konsumieren würden, dann hätten wir richtige Probleme. Sag ich dir ehrlich. Ist so. Wir können das nicht richtig verdauen. Schon gekocht oder gebratenes Fleisch zu verdauen fällt uns schwer. Wenn ein Löwe einen Pflanzenfresser zur Nahrung reicht. Fleisch bleibt teilweise bis zu einer Woche in eurem Bauch drin und vergammelt da so. Das wird euch geben. Das sind Facts. Trinkt er danach direkt in die Magengegend vor, um den rohen Magen, Leber, Gedärme und andere blut- und nährstoffreiche Organe zu fressen. Sie fressen kein gekochtes Fleisch. Für die meisten Menschen ist der Geruch und Geschmack von rohem, blutigem Fleisch ekelhaft. Es gibt Ausnahmen. Wie einer sagt, Hackfleisch oder so Mettbrötchen und so. Ich meine, da gibt es Ausnahmen, die dann besser funktionieren, aber die sind auch heftig geräuchert und gewürzt und was auch immer damit das runtergeht. Und es gibt noch Ausnahmen im Fischbereich auch so rohen Lachs und sowas essen auch manche, aber auch nur geräuchert und irgendwie verarbeitet und nicht einfach aus dem Bach ziehen und einfach reinbeißen. Also, weißt du? Um es zu verzehren, müssten sie es also erst säubern, kochen und mit einigen Kräutern und Gewürzen marinieren und würzen, um es genießbar zu machen. Nun ein Zitat von Dr. Akila L. Als letztes möchte ich nun ansprechen, dass wir Menschen nicht dafür bestimmt sind, Fleisch zu essen. Alle Fleischfresser und Allesfresser fressen ihr Fleisch roh. Wenn ein Löwe einen Pflanzenfresser zur Nahrung reißt, trinkt er danach direkt in die Magengegend vor, um den rohen Magen, Leber, Gedärme und andere blut- und nährstoffreiche Organe zu fressen. Während des Verzehrs von Magen, Leber, Gedärmen und so weiter leckt er während des Fressvorgangs das Blut des toten Kadavers. Das ist schon wild, Digga. Sogar die omnivoren Bären fressen den Lachs roh. Verzehr von rohem oder blutigem Fleisch ekelt uns Menschen jedoch an. Großteils, ja. Daher müssen wir kochen und würzen, um den Geschmack des Fleisches zu mildern. Wenn ein Hirsch bei einem Waldbrand stirbt, rührt ein fleischfressendes Tier sein Fleisch nicht an. Sogar Zirkuslöwen müssen mit rohem Fleisch gefüttert werden, damit sie nicht verhungern. Wenn Menschen tatsächlich dafür gemacht sind, Fleisch zu essen, dann würden sie ihr Fleisch nur roh und blutig essen. Beim Gedanken an den Verzehr von solchem Fleisch dreht sich einem der Magen um. Dies ist, was ich ansprechen will. Wie uns als Menschen eingetrichtert wird, zu glauben, dass tierisches Fleisch gut für uns sei und dass wir dafür bestimmt sind, es für unser Überleben und unsere Gesundheit zu konsumieren. Wenn wir richtige Fleischfresser oder Allesfresser wären, wäre das Kochen und das Würzen unseres Fleisches mit Salz, Ketchup oder Tobasco-Soße unnötig und wir als Menschen würden es ablehnen, unser Fleisch in dieser Form zu essen. Zitat Ende. Und letztlich sollte einfache Moral, Anständigkeit und Ethik Grund genug sein, diesen Massenmord an den Tieren zu beenden. Ist so. Kannst du dir vorstellen, Guck dir das an, Mann. Wie sollen dir Tiere gesund sein, wenn wir die konsumieren? Guck mal, wie die da gefächt werden. Wie die ekelhaft diese Tiere behandelt werden, teilweise so. Wie einfach irgendwelche maschinellen Produkte oder so ein Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Ohne Seele und so. Aber ein Tier hat auch eine Seele. Das haben die Menschen leider vergessen. Oder es reden die sich aus so. Aber die spüren und fühlen auch Dinge. Denen kann es auch nicht gut gehen. Wie Aliens auf der Erde landen und Menschen auf die Weise behandeln, wie wir es mit Kühen, Schweinen und Hühnern tun? Wenn Aliens uns zusammengepfercht in engen Käfen hielten, uns mästeten, unsere Nasen und Hoden abschelten. Guck mal, wie unmenschlich, wie kann man das unterstützen, Digi? Sag ich dir ehrlich. Wie ekelhaft auf so Industriebändern, so kleine Küken, bruv. ...und unsere Frauen vergewaltigten, unsere Kinder anketteten. Mir persönlich tut es extrem weh, solche Bilder zu sehen. ...uns dann töteten und uns äßen, wenn wir am schmackhaftesten wären. Würdest du nicht irgendetwas Verkehrtes darin sehen? Und an die pazifistischen Fleischesser da draußen gerichtet? Muss ich die Heuchelei erwähnen? Wenn du jeden Tag unschuldige, wehrlose Tiere tötest, nur weil du den Geschmack magst und dann rumläufst und so tust, als ob du gegen Krieg wärst, dann machst du dir selbst etwas vor. So, und sag mir auch nicht, dass du Tiere liebst so. Die Leute, die jeden Tag Tiere verzehren und töten für ihren eigenen Geschmack, erzählen mir irgendwas von, ja, ich lieb Tiere und so, du liebst nicht Tiere. Du hast vielleicht, magst du mal das ein oder andere Tier. Aber am Ende des Tages ist dir das Tierleben nichts wert, sonst würdest du es nicht einfach so essen. So. Und einfach töten lassen und quälen so. Weißt du, wie ich meine? Das ist keine echte Liebe für mich persönlich. Leo Tolstoi sagte, solange es Schlachthäuser gibt, solange wird es Schlachtfelder geben. Ingrid Newkirk sagte, wir sollten Fleisch als das erkennen, was es wirklich ist. Die Antibiotika und Pestizid beladene Leiche eines gequälten Tieres. Boom. Wenn du dir sowas gerne reinfahren willst, dann fahr es dir rein, aber gesund ist es nicht. George Bernhard Shaw Guck dir mal in die Augen, so weißt du, viele Menschen haben gar keine Connection mehr mit den Tieren, geschweige denn überhaupt mit der gesamten Natur. Die fühlen gar nicht mehr, dass die Natur was Heiliges ist und dass Tiere auch was Heiliges sind. Dass sie eine Seele haben. Guck denen mal in die Augen, die fühlen auch was. Du kannst durch deren Augen auch deren Seele sehen. Wie bei Menschen, weißt du? Sagte. Das blenden halt die meisten Menschen leider aus. Ein Mensch von meiner spirituellen Intensität ist keine Leichen. Ist so. Nochmal Leo Tolstoi. Guck dir das mal an, was da mit den Tieren passiert. Mensch kann leben und gesund sein, ohne dass er zu seiner Ernährung Tiere tötet. Wenn er also Fleisch isst, ist er mitschuldig am Morde von Guck dir das an, dieses Schaf so. Versetz dich doch mal da rein. Willst du mich verarschen? Guck dir das an, wie das da rausguckt aus der Seite. Um Geschmack zu schmeißen. Gibt das dir, Digga? Ist das geil für dich? Findest du das gut? Sorry, aber so zu handeln ist unmoralisch. So, kurz mal Kehle aufgeschnitten und fertig. Thomas Edison sagte Gewaltlohn. Guck dir das an, was mit denen gemacht wird. Was mit denen gemacht wird. So, denkst du, diese Kuh oder dieses Schaf von eben, denkst du, die fühlen nichts, Digi? Denkst du, das sind irgendwelche, weiß ich nicht, gefühllosen, nee, Digga, die sehen ihre Artgenossen, da hängen schon tot und werden dann in irgendeinem Ding eingespannt und dann einfach so, einfach so ekelhaft getötet. Das ist moralisch nicht vertretbar, ich schwör's dir, es ist einfach nicht vertretbar so. Ethisch, moralisch, menschlich so, kannst du das nicht unterstützen. Das geht nicht. Bis wir nicht damit aufhören, allen anderen Lebewesen zu schaden, bleiben wir wilde. Das ist crazy, ich schwör's dir, und ich will einfach nur dazu anregen, dass Leute sich darüber Gedanken machen, so. Gerade die Leute, die sehr viel Fleisch konsumieren, so. Hast du die Eier, selbst ein Tier zu jagen, das zu töten und dann zu verzehren? Wenn nicht, dann darfst du es eigentlich auch nicht konsumieren, so, weißt du? Wenn es überlebensnotwendig ist und du nichts anderes in der Natur hast und dich nicht anders ernähren kannst, ist es auch wieder was anderes, so. Aber die meisten Menschen konsumieren Fleisch nur, weil das irgendwelche normal ist, weil es uns eingetrichtert wird, dass wir das müssen, weil es günstig ist und weil es gut schmeckt angeblich, so. Das sind nur egoistische Gründe, die müssten das eigentlich nicht tun. Ich küss eure Zirbeldrüse, ich hoffe, das hat den ein oder anderen eventuell dazu angeregt, seinen Fleischkonsum nochmal zu hinterfragen, so. Ich liebe euch auf jeden Fall. Ich will einfach nur dazu anregen, darüber nachzudenken, weißt du. Ich will niemanden verurteilen oder so, ich gehe da anders ran als manch andere Kandidaten, die aus dieser veganen Schiene kommen. Ich versuche Menschen irgendwie abzuholen und die wenigstens zum Nachdenken anzuregen. Ich liebe euch, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang. Tschüss. So.